Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Rocket League Video mit Silas und äh... Moin Moin Moin, oh Gott. Tschüss! Ja, sieh ich recht verkackt, heh, loll! Und es gibt erstmal mega lag bei mir. Wir spielen den neuen, also in Anführungszeichen, neuen, relativ neuen Halloween-Modus. In Backwith Park, mit der Gotham City, was auch immer. Genau. Alles irgendwo vorne. Ja, Moin. Alter, wie geil sehen die alle aus. Nein! Tschüss! Alter, unsere Mail ist jetzt endlich gefühlt nach 2.000, die haben wir wieder da. Ja. Der Profi, der da! Der Profi! Leute, ihr könnt euch gerne auch mal mein Video angucken. Schön, es ist geil. 3 gegen 3. Ja, genau, ich schau bei Silas vorbei. Er ist verlinkt, hoffentlich, wenn ich es mal wieder nicht vergesse. Hä? Ja, es war gut. Du bist da auch völlig safe. Na ja, kann man sehen. Ähm. Und ich mache jetzt auch bald das neue Projekt, von dem ich angekündigt habe, dass es vor der Sommerferien hochladet. Ja, Digga, es kommt in die Online. Ich habe halt schon mit Folge, was weiß ich auch, ist safe, ist voll mit 500. Ich halte mich in die Fresse! Yes, sir! Was sind das für items, alter? Ich weiß, krass, ne? Die sind schon cool, ne? Ich habe safe, so bis... Ich habe safe, so bis Folge... Folge... Du knackst ein bisschen... Du knackst ein bisschen... Ein Mikrofon... Warte... Besser? Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe auch riesige Stürme... Ich habe einen Schatz... Äh... Das erste Spruch geladen, ich kann es eigentlich immer dann, wenn ich mich halt hochladen, weil ich habe es halt auch privat. Ja, bruh! Nee, auch nicht gelistet habe ich sogar. Ich kann dir mal links schicken, was? Mach doch einfach aufgeplant! Ich plane das für so eine Woche oder so. Ja, aber das ging nicht bei Dings. Ich plane das ja auch noch dann. Ich plane das dann ja noch, aber... Ich will es erstmal noch nicht hochladen. Ich will das mal ein bisschen vorproduzieren, weil das ist sehr... Aufwendiges Projekt, würde ich sagen. Der vorproduzierende Boss? Was? Ich produziere manchmal auch echt viel vor. Ja, stimmt schon. Also was heißt? Ey, ich schwöre euch Leute, in der elfen Runde... Ey, nee, ist zu lustig. Da habe ich einfach... Das einfach mit Paus von drei... Von drei Monaten ist dazwischen. Buch Spoiler? Das merkt man... Das merkt man halt auch so ein bisschen, weil ich bin mir einfach gefühlt besser geworden. Ja, Buch, der hat sich immer teleportiert, was kann Sinn mehr gemacht hat. Ich muss dich ja finden so... Jaaaaaa... Boah! Danke! Danke! Ey, save, save dieses Video kommt auch erst in fünf Wochen oder so. Nein, aber... Ja, save bei mir auch. Ich habe das alte noch nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich, wenn das Video kommt, ist auf jeden Fall Halloween, Digga. Das kann ich dir sagen. Ey, ja, das lag ich jetzt helle wieder hoch. Safe. Ja. Also Leute, es ist jetzt heute der... Das ist der 22. Oktober gerade, wo wir es aufnehmen. Freitag ist der 22. 20 Uhr 20, bestes Datum. Was für Datum? Was für Datum? Oh, das ist 2021. Ey, Digga, lass mal einen Gag machen und das Video, was wir gerade gemacht haben, nochmal... nochmal... in einem Jahr hochladen. Hä? Und dann werden alle Leute einfach... oder so... oder so zu April... äh... verarschen oder so. Das ist lustig. Wow! Äh, lol! Der fliegt doch da her! Der fliegt doch da her! Zu wild! Der fliegt doch da hergeflogen. Ey, wir können die Leute einfach verarschen, indem wir es nochmal... genau einem Jahr hochladen. Weil dann wird safe wieder ein Halloween-Mod-Fly von safe. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ey, ich könnte dieses Video hier echt am 31. hochladen. Das wäre ganz lustig. Nein, ich wollte unser Maid... Ach, egal. Außer es ist dafür Bus-Simulator geplant. Nein, Spaß! Das kann ich auch erinnern. Äh... Wow! Yes, sir! Boah, das Alte kam sogar noch. Hätte auch mein Tor sein können. Und neulich gehe gleich nicht live. Äh... Ja, also... Ja, sieh, das geht live. Das Video ist dann wahrscheinlich eine Woche alt. Und ich hoffe, dass sie das live gehört. Ich hoffe, wenn ich das Video in Zukunft sehe, bin ich nicht mehr ergältet. 1 zu 1. Dann schneiden. Das wäre... Nice. Wenn doch dann... Ja, wenn doch dann... Das ist so. Ich guck mal, meine Videos eh mal noch mal nach Zukunft. Safe. Ja. Wo haben wir es? Ein Video, was ich mir in Zukunft mal nicht angeguckt habe. Ach so, das ist das. Was? Toll! Ja, moin! Nice. Ich habe mein letztes Mal, ähm, ein Video, also einfach mit ersten Videos angeguckt. Ja. Und geguckt, wie gut ich da drin bin. Warum habe ich keinen Banner, oder? Watze. Ja. Na, das kenne ich. Das mag man schon auch bei dir. Och, dieser Sound, der ist einfach hier in... wie ist es so sagen. 你不是… Ja, hä? Ja, moin. Einfach so ganz happy so... Wohin! Dann so Dööööö. Ich hab килkei, weil ich nicht duitter îlade, aleööööö. Awkwimiyor Io Wien. Gott, Wer dacht, ja, ich hab mich. Ich jemals so Boom. Ach schade! Ah할ibat, ey. Ich wäre schon whoain! Ich hatte gerade das Item bekommen. Egal, das ist nicht Schiff, alles gut. Hier steht 6-2, am Anfang steht es einfach 0-2. Ja, das gewinnen wir locker. Easy. Oha! Hö! 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 Ich habe mir nicht gesagt, dass der Fall so sieht, der wird es. Scheiße, ich habe auch ein 23er-P. 23er-P. 21er-P. Jawoll. Natürlich. Warum? Hat ich da eigentlich gefühlt so? Egal. Ey, ich gebe weg. Weiter geht's. Loll. Wer sonst so gut ist in Richtung Tor gegangen? Fuck. Okay, das war dumm. Aber die sind auch dumm. Okay, und wir sind schlau. Oder auch nicht. Oh! Boom! Boom! Die Effekte sehen aber geil aus. Warte. Hier kommt er. Angetolt. Dennis Davis. John Cena. Dennis Davis. Walgues. Das Meme blende ich ein im Video. Ich glaube einfach. Was? Ich blende so John Cena Meme im Video ein jetzt. Du 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 du. Genau. Boah! Das war gut gespielt von dem. Ja, das fährt echt gut. Und dann habe ich noch das Item bekommen mit diesem Enter. Da war zu spät leider. Ich bin aber für Kaka. Das war wirklich zu spät. Das war wirklich zu spät. Das war wirklich zu spät. Naas. Naas! Ich bin jaa. Outro